Kopieren Sie den Link zur Veranstaltung in die Adresszelle des Browsers. Diesen Link erhalten Sie per E-Mail vom Veranstalter. Klicken Sie bitte auf Teilnehmen über das Web. Erlauben Sie bitte, dass GoToMeeting auf Ihr Mikrofon zugreifen darf. Diese Einstellungen können Sie übernehmen. Klicken Sie jetzt bitte auf Speichern und Weiter. Der Moderator öffnet Ihnen den Meetingraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017